25 Meter da vorne. Da landet wir einfach. Oh, da landen zwei. Unter uns sind zwei. Unter uns rein, ne? Oh, Leute. Da war einer. Ich hab ihn wieder mal blind geholt. Ich muss grad nachmachen. Ich muss grad nachmachen. Digga, man. Digga, ich will mal 20 Kills schaffen. Ich muss jetzt Vollgas rein-swetten, Alter. Ich muss jetzt richtig rein-swetten. Ich bin echt ne Gute in der Zeit. Ach, hier ist Loaded? Ach, fuck. Das war eine geile Schadfütze. Eigentlich nicht brauche ich mal sein. Ich dropp ne Kilo. Hat jemand meine Galo genommen? Ah, ja, sorry. Ich. Kannst du mal was mitnehmen? Das ist wie das deine. Aber ich fand sie geil, deswegen hab ich sie zugegriffen. Felix, der Weapon-Stealer. Der Weapon-Stealer. Ja, ich spiel Sniper. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Kommt sie mit Deke? Oh, ich... Mich zieht wer von Prism. Oh, hier ist er über mir. Oh, das ist ne Municus, ich glaub mal meiner. Ich hab eine Pilch. Da auf dem Punkt, ja? Ah, fuck. Alter. Ich hätte waren gerade drei Läufig. Hier oben. Wir sind voll in der Zone. Schaut sie bei mir? Ja. Wir sind voll in der Zone. Wir sind voll in der Zone. Wir haben einen Trophy? Ja, hab ich. Da ist einer genockt, hier. Da ist einer genockt, hier. Da ist einer genockt, hier. Und drauf. Vor mir. Nein. Nein, noch einer. Hier. Hä? Ich war drinnen. Das Unfall. Ich bin strengt. Mann. Kann sein, dass wir eine... Die springen alle aufs Dach bei euch. Drei Leute am Dach bei euch. Belegs, wohl mal. Komm mal her mit dem Trophy. Mach Trophy. Mach Trophy. Hinter uns bei unserem alten Loadout ist jemand. Pass einfach zusammen. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Ja, wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir nicht die Leise da rummachen. Mach Trophy. Habt ihr noch Platten? 40 Meter rechts. Die kommen über rechts. Die kommen hier draußen. Die kommen hier draußen. Jeep Rack. Wo? Äh, auf dem Manker. Schau mal raus. Nein. Jetzt bin ich runtergefallen. Was hat denn er so rumgeschrien? Äh, einer lebt noch. Jungs. Ach Mann. Ich hab's wieder nicht geschafft. 12 Meter von uns. Einer lebt noch. Ja, der ist hier. Der hab ich gerade schon angeschossen. Der hat ein Messer. Lebt Marker. Lebt Marker. Lebt Marker. Jungs. Jungs. Mann. Was war das für eine Runde? Äh. 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 Junge, man hat ja einfach 14 Kills. Ey, what the fuck. Ja, mich nervt. Mhaaaaaa. Mich nervt's gerade echt. Hält mal rum. Sei doch vor, Junge. Ja, weil... Weil ich... Nee, ich hatte im Bio ganz am Anfang, wo wir nur im Bio waren, hatte ich schon 10 und da dachte ich mir so, Alter, die Runde könnte noch Kills geben. Und jetzt waren sie da auf Römer 4 draufgekommen. Haben wir gewonnen und haben... Ich hab einen...